hallo und herzlich willkommen liebe freunde zu ww2k16 ja und damit und wieder mit dabei und hier gibt es einkaufen kommt leute kauft was und ist der onkel geber schickfee hallo ja hallo mich graust immer noch von letzten match ja liebe freunde ich hab die adern kommen aus meinem hals schon raus wegen scheiß hullahoop unglaublich er hat nur wegen einem gewonnen ich mache auch nur kusselköppel ich bin gespannt wie es weitergeht wen spiele ich wenn solche aktion gut zum einsatz kommen ist es ja okay und das einrollen ist eigentlich naja super viele matches es wurden schon viele matches mit einrollen entschieden ja das stimmt ja okay dann würde ich sagen dann weißt du was mich verwirrt hat das war weil du einfach im ring stehen geblieben ist wie so eine pampumine da das hat mich ein bisschen irritiert deswegen verloren aber jetzt haben wir auch noch das ist trotzdem das match vergesse angucken ist wirklich spannend obwohl er jetzt schon natürlich gewinner ist ja aber ich sagen nimmst du mal den simon goth ach du scheiße muss ehrlich jetzt ja okay okay und dann kriegst du den gegner vor geworfen okay ja wird nicht einfach das wird auf jeden fall nicht einfach mein lieben freunde aber ich habe immer noch den schnurrbart ja mit dem könnte ich das gewicht schaffen und der name ist schön ich sage nicht gotsch ich bin scheiße warum kenne ich dich so gut ja das war jetzt gut ja ja aber ich habe mein tatsan kostüm an und dann geht es ab jetzt hier komm her lo tatsan kostüm it's all nothing ja warum ist alles nichts ja ich sage jetzt hat sein kostüm ist cool geht es noch aufs kokken ach mensch boah da bist du viel besser und nochmal das war der tatsanschlag und er haut ab genauso raus mit dir du muskelbrotts nach das ist sehr cool von dir ne komm hör auf ne ich äh das ist das war das wenn du mir das so anbietest ja da kann ich nur ja sagen ja bam junge ah ich wollte das auch machen aber du warst schneller na da muss ich zugeben leider verloren aber ich habe es versucht aber der klettert ja so langsam den ring hoch da bin ich ja auch schneller und jetzt kriege ich so eine schmerzhafte aktion hier zu leihen Ich hab dich nur runtergeschobst. Und du machst gleich hier einen Big Body Slap hier. Jetzt trittst du noch mal in mein Gesicht, ey. Ich merk schon, er ist sehr nett zu mir. In your face, in your face. La 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 la. In your face, in your face. Der Simon Gutsch ist jetzt grad nicht mehr so der Wilde. Das war auch nie. Oh, nein. Wie kannst du nicht, dass mein Barton abreißt? Bei der Attacke. Der Schulterman. Doch, ich hab nen Bart. Ah? Simon Gutsch, und er kommt raus. Aber es bringt nichts, denn er kommt wieder nicht raus. Und ja. Aber wenigstens durfte ich mal einen machen. Das ist gut, wenn du so bist. Da kann ich wenigstens einen einen Gratis-Much machen. Astada vista, baby. Oh, das war jetzt grad irgendwie nicht so gut, wie ich es mir vorgestellt hab. Ich denke, das habt ihr alle gesehen. Au. Au. Ist das geil. Und er kriegt zwei Schläge, aber ist total bewusstlos. Oh, herrlich. Na. Ich hab ja. Ja. Das war der Simon Gutsch Todes-Dropkick. Hä? War zwar kein Dropkick, aber ihr wisst alle, was ich mein. Nein. Okay. Oh, nein. Jetzt blemper ich nach die wertvolle Zeit mit so einem Scheiß, ey. Oh, Mann. Simon Gutsch, ey. Was machst du nur? Ah. Der Simon Gutsch macht mich fertig. Ah. Oh, nein. Das tut doch weh, sowas. Und nochmal einen Schlag am Rücken. Du machst gleich wieder die übelste Kombo. Na klar. Kombo. No. Also das hab ich jetzt förmlich gesehen, dass der nicht wehgetan hat, der Move. Äh, okay. Und denkst du sowas, dass der nicht wehgetan hat? Das hat jetzt, dass Sahra schmerzhaft aus, mein Freund. Ah. Tja. Ja. Ich hoffe, der war gut. Bin mir jetzt gerade nicht mehr so sicher. Und mein S kommt. Mein S wie Sahne. Super Rolle. Und der Finisher, der hoffentlich durchgeht noch. Der Simon Gutsch, Finisher. Oh, Mann. One. Two. Nein. 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 Oh. Der wär herrlich geworden jetzt. Der wär herrlich geworden. Ohne Witz. Ach, jetzt hebe ich die auch noch auf, ey. Das ist manchmal immer ein großer Fehler. Okay. Er ging nochmal gut durch. Okay. Dann hebe ich dich mal hoch. Ah. Er kommt natürlich sofort raus. Die Sau. Nein. Das war wieder eine Verschwendung meiner wichtigen, kostbaren Ressourcen. Ja. Macht aber nix. Bin wieder am Rennen. Oh. Auch nicht. Mann. Ja, Bäm. Alter, meiner Tritt ja... Das ist ja kein Tritt mehr. Das ist ja schon faszinierend, was ich da mache. Das ist ja schon wie Weihnachten und alles zusammen. Oh Gott. Okay, das war natürlich jetzt wieder äußerst lustig. Ja. Wuuu. Babababababababababambu. Das hat mir jetzt ein bisschen Spaß gemacht. Mhm. Aber nur ein bisschen. Komm mal wieder rein mit dir, du. Kann ich ja gar nicht zulassen, dass du da draußen rumlegst, ganz alleine und einsam und verlassen. Nö, das will ich nicht. Oh, geht der durch oder hast du ihn wieder geblockt? Hier. Oh, er ging durch. Er ging durch. Er ging durch. Und das ist toll. Na, super. Ach, ich habe mehrere verschiedene. Ach ne, das ist dasselbe. Okay, nochmal. Simon Gutsch. One, two. Nein. Ey, das gibt es doch gar nicht. Der ist so lustig, der Angriff. Oh, er kommt immer wieder raus. Okay, nochmal. Jetzt nochmal. One. Ach Gott, ey. Bist du so fit oder was? Vielleicht. Das gibt es ja gar nicht, ey. Ach, sau. Oh, ich spüre auch gar nicht so. Ja, die sind super hardcore Bodyslam. Muss man auch nicht unbedingt blocken. Ja. Yeah. Oh, oh. Ja, ich habe die Kraft von He-Man. Und von He-Man seinen Freund. Und von denen seinen Freunden. Okay, die geht spazieren. Ah, ah. Komm ruhig in den Ring rein. Ah, ah. Ist gar kein Problem. Kennst du das? Hast du auch immer gerne gemacht. Ja, ich habe ein Problem. Und zwar ist das Problem, dass ich ein Problem habe, dass ich nicht weiß, wie ich dich fertig machen soll, weil mein, anscheinend mein super starker High-End-Move-Finisher du so easy wegsteckst, dass du da einfach locker wieder rauskommst. Selbst bei den ersten Anschlagen. Das ist, äh. Naja. Ne. Wow. Also ich weiß nicht, ob ein Mensch sowas schaffen kann. Scheint aber, als wird es klappen. Meine Väter. Ja, kenne ich. Ui. One. Two. Und ja. Ja. Nein. Und der selbst da kommt er raus. Mit der Hula-Hoop-Rolle. Ja, ich wollte auch mal so Hula-Hoop machen. Und es ist so Wahnsinn. Und es ist so Wahnsinn. Ja. Doch. Ja. Und, und, und. Ich hoffe, es klappt nicht. Ich kann nicht kommen. Ja. Bitte jetzt. Eins. Zwei. Und. Nein. Es kippt nicht. Dreiviertel. Wie viel soll ich denn machen? 22 Stück und ein paar gequetscht oder wie? Oder was? Da gewittert. Mann, ey. Das gibt's ja gar nicht, ey. Der Onkel kommt nicht mehr zum Kontern und ich kann mich einfach nicht pinnen, weil du einfach der, der unbesiegbare, der unbreakable Verrugt bist. Es ist ja, gibt's ja gar nicht sowas. Oh, er kontert. Oh mein Gott. Oh, oh, oh. Hä? Was war das denn? Dein Füchern. Ja. 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 Ja, das ist, egal. Weg mit dem Dreck. Komm, weg, weg, weg. Gibt's gar nicht. Und dann, ey, so ein kleines Fenster. Ich mach die ganze Zeit Moves und da kommt er einmal mit so, ja, der ist so schwach. Guck dir die dünnen Ärmchen an. Ah. Ah, ja, egal. Passt schon. Hast gut gemacht. Super. Das war irgendwie, ja, es waren aber auch ganz, ganz minimale Streifen, wo ich rauskam. Ja, das, das war. Das war Wahnsinn, ey. Glück. Der Simon, ne? Schnafle hat er, der Bart war nicht eingefettet oder so, daran wird's gelegen haben. Ne, keine Ahnung, macht nix. Der hat ja gar kein Bart. Der Simon Gutsch hat ein Bart. Das ist ein Schnauze. Also, jetzt ist es aber ein Bart. Haare im Gesicht ist ein Bart. Ist egal, aber es ist ein Bart. Schneuze ist nur, wie man das nennt. Das gibt ja auch zum Beispiel, wenn du jetzt unten hast und hast halt... Ja, ja, wenn du unten hast, hast du Schambehaarung, schön, jetzt mal weiter. Ja, das hat der Oge gesagt. Nie, 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 nie. Okay, mein lieben Freund, es war ein Supermatch auf jeden Fall. Nein, es war gelogen, es war der Typ ist scheiße. Und danke, dass er weg ist. Ich wünsche euch jedenfalls einen schönen Tag und schaut auf jeden Fall mal bei GammaCheck.ep. Ja, willst du denn wissen, dass die früh angucken? Oder am Mittag angucken? Ja, ein schöner Tag ist für mich 24 Stunden. Aber abends ist kein Tag mehr. Abends ist Abend. Achso, das heißt also, ist am Abend der Tag für dich zu Ende? Ja, natürlich. Das ist mir das jetzt damit... Achso, okay. Es gibt also, liebe Freunde, der Tag geht nur von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends und danach ist dann... Wie nennt man das dann? Abend. Was? Abend und dann kommt die Nacht. Das ist doch klar. Das weiß ich hier. Ja, das weiß ich hier morgens, mittags und abends, aber es ist trotzdem ein Tag. Tag und Nacht gibt. Es gibt ja... Es ist ein so, es heißt, es ist so, es sind Tag und Nacht wechsel, oder? Weil ja, das ist ja ganz... Das ist doch ein Tag. Tag und Tag. Tag und Tag und Tag wechselt. Das ist ein Tag. Tag und Tag wechselt. Tag und Tag wechselt. Ja, ja, ja. Und hier ist es okay ein Stein. Zwei Stein und drei Stein. Okay, ihr habt's alle gehört. Tollste Tag. Gelernt. 24 Stunden ist kein Tag, sondern nur... Zweig. Aber dann sagen wir, dass das Tag und Nacht wechseln. Ja, stimmt. aber es gibt auch Gebiete, da ist nur Nacht da wird es gar nicht hell, was ist denn da, dann ist da nur Nacht da oder haben die auch einen Tag achso, ok, alles klar dann wünsche ich euch allen eine schöne Nacht so, habt das jetzt davon warum eine schöne Nacht? weil willst du wissen, dass du sie nur angucken ja, ich wünsche euch einen schönen Nachttag, morgen und und die Sternschnuppe am Himmel soll ich einen Wunsch erfüllen so, in diesem Sinne, bis morgen euer Ivano und Onkel, ciao tschuchus tschuchus